Oh nein, 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 er ist da, er ist da, er ist da, er ist da, scheiße, 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 die ich gebläst habe. Lebt noch jemand von meiner Patrouille? Alter, die sind richtig stark, die Windicator, die haben sie alle zerfetzt, also, boah, um gegen Windicator mithalten zu können, Leute, braucht man extrem viel. Wie sieht es denn hier jetzt noch aus, was teuckelt hier rum? Oh, 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 ein paar Mobs. Boah, also, die Monster, die sind echt die Hölle, also, ich brauche, damit man da was reißen kann, Alter, Truppen ohne Ende, ich wollte mir die mittlere Insel holen, aber die Windicator, also, huh, und denen jetzt alle Diamant zu erfarmen, lohnt sich das? Was? Ich bräuchte Kürbisse, weil dann würde ich Schneemänner herstellen, die gegen Mobs und so verteidigen. Das wäre, glaube ich, richtig lässig. Oh, wait, können wir das hier als Quadratmeter dazuzählen? Wenn ja, was wäre das hier? Diese Hälfte vom Block. So, warte mal. Oh, wir müssten jetzt, oh, Leute, Satz des Pythagoras ist wie bei, nein, 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 aber das wäre hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn? Das sind zehn Blöcke. Hä? Das hier, das hier ist auch ein Ding, wo ein Villager wohnen kann, oder? Ich brauche neun. Geil. So. Und... Zack. Hier wohnt auch einer. Weil, Mann, jetzt haben wir schon drei Häuser. Das ist schon mal gut. Truppen und greif die anderen Villager an. So. Wenn ich noch Truppen finde. So, der hier. Drei und neunzig? Boah, ey. Weiß ja nicht. Ich hole das jetzt. Ich hole die nächste Insel. Ich muss mal mit Bogen versuchen, auf die Ferne Krokos Truppen zu töten. Was ist mit ihm hier? Gemischter Dealer. So. Okay. Also, ich habe jetzt, glaube ich, alle Truppen besiegt, oder? Geil, 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 geil. Kürbisse, 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 Kürbisse. Oh mein Gott. Unsere Defense ist safe. Darf ich die jetzt mitnehmen? Also, ich erober mir jetzt den Punkt. Oder, da drin sind, glaube ich, noch welche. Warte, ich höre noch welche. Äh, Freunde? Seid ihr hier? Ja. Oh, was? What the fuck? Hä? Ja, genau! Leck mich ab! Geil, ein Zombie ist hier. Oh, es laggt. Jetzt nicht mehr. Geh weg, Bro, bitte. Der andere hat Waxes. Wo kommt denn der Creeper jetzt her? Was ist denn das Huhn hier? Genau. Waxes! Was? Halt dein Maul! What the fuck? Okay, jetzt weiß ich, woher die Waxes kommen. Ey, das ist viel zu crazy, Alter. Waxes rum. Und dann kommen noch die anderen Monster. Das Geile ist, das sind Kürbisse. Die brauche ich. Ich habe keine Bogenschützen. Kommt, bitte. Kommt, bitte. So. Wir laufen jetzt mal. Und gucken mal, vielleicht können wir was reißen. Eventuell haben wir eine gute Position für Oh Gott, schneller. Ja, ich habe ihn down. Hat er ein Totem getroppt? Er ist down. Definitiv. Wenn nur einer drin war, dann ist gut. Geil. Wir regeln das so. Skelett, hilf mir. Skelett ist ein wahnsinniger... Alter. Geil. Genau so stelle ich es mir vor. Wuhu. Ja. Ja. So, rein da. Ich denke, ich habe es gecleared. Jawohl. Happy End, Alter. Geil, oder? Reinhören. Ist es wirklich ein Happy End? Spinne noch. Skelett noch, hier. Nice. Jetzt werden Fackeln platziert, hier mal. Kurz. Und so. Was haben wir hier? Oh, ein Horn. Geil. Armbrust. Geil. Kartoffeln. XP-Flasche. Äh. Das sagt nicht mal mit. Nice. Jetzt runter die Kürbisse holen. Also jetzt habe ich es ja eingenommen, offiziell. Also wenn ich jetzt das Zeug platziere, dann darf ich hier ja bauen, oder? Oder habe ich was falsch verstanden? Was mache ich mit dem Banner? Das Banner hänge ich schon mal hier hin. Und das mache ich so. Ja. Und jetzt? Wuhu. Hier kann ich geilen Sachen traden. Oh, nice. Und ich hole mir jetzt aber sowas von die Kürbisse. Du hast ein Totem. Ich habe ein Totem. Geil. Dank. Oh, lol. Okay. Den habe ich übersehen. Ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Wuhu. Oh, Mann. Ja, Verteidigungsanlagen errichten ist jetzt... Weiß ich nicht. Zwei Sachen zu verteidigen finde ich jetzt gerade schwierig. Ich bin eigentlich nur auf das hier aus. Gut, die sind vorsichtig unterwegs. Jetzt kommt mit. Wir greifen Kroko an. Mit zwei Truppen. Ey, ich bin so froh, dass ich die Kürbisse habe. Ich weiß halt nicht, was ich darf. Ich könnte versuchen, sein Pferd zu entführen. Hat er schon einen Sattel? Oh mein Gott, Leute. Wir entführen sein Pferd. Ist da ein Sattel drauf auf dem... Okay. Leute, Pferd entführen? Ja, nein. Komm, 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 komm. Der ist nicht zu Hause. Das Pferd muss springen. Hier könnte ich über die Liaden drüber. Pferd, 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 Pferd. Shit, 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 shit. Komm, komm. Warte. Nein, 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 nein. Komm. Komm ich hier hoch? Ich will nichts abbauen. Wie hat er das gemacht? Warte mal. Wenn ich hier irgendwo hochkomme. Oh. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er ist da, er ist da, er ist da, er ist da. Scheiße, 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 scheiße. Kroko, was ist los? Ah. Kroko, was geht's? Oh, 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 oh Raus hier, abhauen Ah, er ist zu Hause Oh, 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 oh Follow me Roko hat ein Problem Ich will dein Pferd Er muss mir sein Pferd geben Sonst hau ich nicht ab Lars möchte schlafen Ja, ich weiß, aber es geht grad nicht Ich belager gerade Kroko Ich weiß nicht, ob es Assi ist, seine Soldaten zu killen Einfach so Oh, lol Er hat das erste Mal was getroffen mit dem Bogen Hat er sein Glas versteckt? Der Penner Oh, lol Hab seinen Villager gehittet Oha Aber das heißt, er ist low Oh, lol Oh, so war der wieder lag Oh Oh Oh, Zombies Wie gerne würde ich denn Oha Idee Idee Oh shit Ich will die Zombies zu ihm rein locken Ich will mit seinem Pferd durchbrennen, Mann Oh, jetzt hab ich ne Chance Jetzt hab ich ne Chance Mit seinem Pferd durchzubrennen Kommt Hä Lol 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 Wieso konnte ich nicht reiten? Hä Sauerei, Alter Lol Wieso ging das nicht? Hä? Wieso kann ich mit seinem Pferd nicht reiten? Warum geht das nicht? Lol Jetzt fühle ich mich verarscht, Alter Wow Oh, geil Creeper Raus hier Boah Nein Ja Geil, mein Totem hat gebrockt Wui Alter Der Sattel ist weg Hat er den Sattel weggenommen? Dieser Penner, Alter Er hat den Sattel weggenommen Als ob Jetzt hole ich extra meinen Sattel Das wird meine letzte Oh Gott, Alter Bin ich sauer Follow me Wir gehen Ich hole meinen Sattel Alter Er hat einfach den Sattel weggenommen Ist das dreist Ich sag euch Mission Pferdeklau Hat noch nicht Sein Ende erreicht Hier ein bisschen Pfff Ich krieg einen Ausrasser mit dem Inventar Das ist echt ein bisschen zu wild Ich hab die Enderperle am Start Es fehlt noch der Sattel So Ich hol mir Ich hol mir dieses Pferd Das wird die letzte Aktion heute sein Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke Ich will mit diesem Pferd ausbüchsen Ja Er ist gemutet wahrscheinlich Ich bin auch gemutet GroKo Du bist wahrscheinlich gemutet Oder zu weit weg Nein, 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 nein Ich komm nicht drüber, Mann. Was soll die Scheiße? So, guck. Und jetzt? Ja, ja. Pferd geklaut. Pferd geklaut. Ja. Erfolgreich. Ja. Ich hab ein Pferd. Pferd geklaut. Wuhu. Oh mein Gott. Es ist mir gelungen. Es ist mir geklungen. Gelungen. Ich hab ein Pferd. Pferd erfolgreich gestohlen. Duh, 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 duh. Ach so. Oh, kann ich ja. Wuhu. Und jetzt brauchen wir. Pass auf. Vielleicht mach ich das wirklich so auf Eis. So Eistürme. Auf der Höhe. Und zack. Zack. Dann mal den hier machen. Kurz was testen. Wirf der Mobs ab und so. Ja. Es funktioniert. Ja. Äh. Shit, Alter. Tada. Geil. Wenn ich die Bogenschützen hochkriege. Dann wär auch gut. Aber dann kann man sie halt von draußen auch abschießen. Weißt du. Ich hätte mit Pfeil und Bogen Krokos Truppen die ganze Zeit weg snipen können. Ich geh jetzt mal noch gucken, ob ich woanders Stress machen kann. Oder halt wie es bei anderen aussieht. Darf ich das jetzt abbauen? Darf ich das jetzt aber, darf ich das jetzt wegbauen? Weil hier ist ja jetzt keiner, der das verteidigt. Ja, okay. Dann machen wir das weg. Und die Eisnation hier dran. Pam. Zum Abschluss hole ich mir einfach noch die Wegpunkte. Und... Vielen Dank.